Es ist eigentlich Spaß für jedes Jahr. Ich versuche wieder ein bisschen abzunehmen. Und tun Sie auch was dafür? Ja, sicher, klar. Essen weniger machen. Eigentlich genauso viel Sport wie die ganze Zeit, aber Essen schränke ich halt ein. Ich möchte wieder gerne auf Arbeit gehen wollen. Und gesund vor allen Dingen. Das heißt, Sie sind im Moment ohne Arbeit? Nein, ich bin noch in Arbeit, habe aber noch eine Knie-OP vor mir und ja, hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder fit lerne, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Und was genau fehlt dem Knie? Eine neue Prothese. Ganz ehrlich gesagt, ich arbeite erst mal fürs nächste Jahr. Dann soll ich nach Australien gehen. Also erst mal von der Arbeit Geld verdienen. Das sind meine Ziele. Und was erhoffen Sie sich von Australien? Was haben Sie da genau vor? Na ja, Work and Travel, eventuell auch hinziehen. Mal gucken. Viel Gesundheit, Durchhaltevermögen und vor allen Dingen, ich hoffe, dass das Wetter dieses Jahr ein bisschen besser wird als letztes Jahr. Es kann gut werden oder schlecht werden. Also jeden Tag fühlt man sich, okay, das war ein schlechter Tag oder das war ein guter Tag. Aber wenn man wirklich denkt, okay, wie ist mein Leben im Vergleich zu dem Leben von dem Obdachlosen, der in der Ecke pennt, muss man wirklich denken, okay, ich habe es eigentlich gut. Und ich hoffe, dass es weiterhin so geht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.